Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei One Piece Unlimited Cruise, nami ni yurero hi ho Bambam, balababababam, sehr schön, sehr schön Ähm, bevor ich hier ewig im Kreis rumlaufe, wir können noch das hier kochen Tun wir das doch Äh, SP 123 121 Ich würde den liebsten nami geben, damit wir ihr Gefährt öfters benutzen können Äh, da fehlt noch Vulkangestein, okay Das holen wir uns jetzt noch Völleninsel, auf zum Vulkangestein Und dann Ah, ich schaue gleich noch nach kurz Wir müssten aber eigentlich schon noch genug Maulwürfe haben Lager entnehmen Maulwürfe haben wir Äh, können wir auch gleich Da fehlt noch Holz, das kriegen wir aber da auch Wo wir jetzt gleich hingehen Äh, ja, Holz brauchen wir Truvagata können wir wieder eine herstellen Machen wir das doch Immer ganz gut Okay Ich weiß jetzt, dass man hier eine andere Spule finden muss Und dann gibt es da später Also viel weiter hinten nochmal eine Spule Die habe ich jetzt schon gefunden Ich weiß, klingt kompliziert Ist aber so Vulkangestein Erstes Ziel für heute Und Holz Wenn es geht Items Oh, hätten wir noch ein paar Dinge ablegen können Auch nicht so schlimm Passt Und hier bekommen wir noch von dem her ganz viele Ah, ihr seid doof Euch möchte ich nicht bekämpfen I refuse Bam Come on Nein Na, du hast dich verwandelt Du wirst mich nerven Komm, gib mir alles, was ihr habt hier Au Ja, ich weiß Frank Jakub Ihr seid nervig Da ist ein Pilz Den möchte ich noch haben Chip, lass mich in Ruhe I don't want Ey, die folgen mir What the fuck Bam Sehr schön Wollen wir auch bitte Nur ein Pilz Okay Kein Pilz Kein Pilz Karpilz Und auch kein Pilz Dam, 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 dam Dam Komm her Okay Das wäre genügend Gefahr für heute Reicht erst mal Na gut Na gut Na gut Wenn ihr mich Wenn ihr euch mir schon so aufzwängt Lava Wo Oh man, ganz da hinten Da gibt's nur eine Sache Die wir tun können Nami Blitzexpress Wuhu Dam, 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 dam Weiter geht's Go, go, Nami Oh, oh Ich komme ja nicht durch Ohne euch Hier zu zerstören Lalalala Und wir haben sogar noch ein bisschen SP übrig Das hat sich gelohnt Ops Na, geht kaputt Okay, halt nicht Dann halt nicht Dann halt nicht Äh Okay, und dann links Erstmal hier hoch Badam, bam So Oh, ganz viele Steine Ich gehe hier etwas schneller durch Boah Hier in meinem Zimmer wird's Wird's grad echt übel mit der Luft Ähm Halt Hier irgendwo rechts Ich seh fast nix Damit Hier rechts rein irgendwo Hä? Moment Ah Ah Hier rein Okay I understand So Okay Kommt her Ja Ja So viel zu genügend Farme für heute Aber hier ist noch Geheimnispilze Sie würde ich gern mitnehmen Nein Nichts mehr sonst Nope Nope Au Baa Alles ein bisschen laggy Nicht? Egal Andere Charakter Luffy Bis dran I choose you Luffy Nächste Episode Wird dann hoffentlich der Boss Der nächste Sollte eigentlich reichen Badam, badam Wir haben ja eigentlich glaube ich schon alles Für den nächsten Boss Aber es ist immer ganz gut Etwas Pause Zwischendrin zu machen Ich brauche ich nicht Da dürfte es dann Feurig werden Genau Au What the fuck Alter Luffy Du brauchst etwas lange Für deine Attacken So Come on Die kaputt Ah Ist ja schön Nein Du auch bitte kaputt Ah Ist ja schön Give me Vulkanisches Gestein Nice Gibt es hier aber noch mehr davon Richtig Richtig Und Holz Genau Noch genügend Platz Ja Genau Für ein Holz Noch Nehmen wir natürlich gleich mit Nur ein vulkanisches Gestein Ne Oder Ein bisschen HP Brauche ich eigentlich Kein Spitz Eine Spitzhacke Brauche ich eigentlich Hier nicht Ich habe gerade das Reden schwer Bei der Hitze Hier in meinem Zimmer Ich sterbe Hier ist aber Keine anders Vulkanisches Gestein mehr Da Hätte mit Und Da Das ist so nervig zu holen Dass ich mir jetzt gleich Den ganzen Vorrat mitnehme Und es wird immer Leggier Und Ach Dammit Okay Ein lieber Nutzer hat mich Aufmerksam gemacht Dass ich immer zu nah An die Insekten rangehe Das werde ich Demnächst mal ändern Das Reicht Ja Das reicht tatsächlich Sehr schön Den nehme ich auch gleich mit Nein Nicht wegwerfen Bitte Lieber Hier Äpfel verbraten Und Das Ding hier Brauche ich glaube ich auch nicht So Damit Sehr schön Flammenpulver Wir sind Beinah weg hier Das nehme ich noch mit Weg Oh Das ist doch knapp Lasst mich in Ruhe So eine Ernte Für dauert eine Weile Aber wir haben jetzt alles Das hier Sieht immer noch komisch aus Naja Hier ist kein Keine Schatzkeit Richtig Doch Oder Das sieht doch Danach aus Moment 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 Das Gebiet Kommt mir gerade Sehr bekannt vor Nicht das Nicht ihr Noch da Ach das ist auch noch ein Gut dass wir nochmal zurückgekommen sind Hier Und das ist auch nochmal einer Okay machen wir erstmal diese da kaputt Ich würde gerne in Ruhe Nach dem Schatz suchen Oh Mann Nein Komm 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 Ich gehe kaputt Ah So Ist auch kaputt Zu viele Items Ja Was soll's Okay Die zerspringen einfach Ähm Das sieht doch mal Nach Der Schatzkarte aus Könnte sein Hm Vielleicht da oben So Schatzkarten Schatzkarten Das ist aber kein Abgrund Oder sowas Das ist einfach nur eine Höhle Ah Das ist ein Mensch dann schon hier Aber das sind nur Moment das sind nur zwei Steine Keine drei Steine Ne das passt nicht Das passt nicht Und hier passt es auch nicht Äh Außer man kommt irgendwie durch diesen Stein hier Hm Ich hab da meine Zweifel irgendwie gerade Das müsste dann irgendwo hier sein Ne Es gibt keinen Sinn Ne 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 Da ist kein Schatz Da ist kein Schatz Leider Wäre ja cool gewesen Äh Hier Eventuell Sind Ne Es sind auch nicht genügend Steine Ach das ist auch nochmal Ah Danke So Und da auch nicht Nö Knopf Nicht Gut Autsch 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 Lasst mich in Ruhe Alter Treff mich nicht noch mit dem Ding hier Lass das Nektar fallen Ich weiß doch gar nicht Das hier kann ich mal kurz Nein Das brauche ich sogar Äh Ich kann eigentlich nichts wegwerfen außer das hier Nektar Naja Nektar brauchen wir jetzt nicht mehr Wirklich Da haben wir genug Au Weg da Weg da Weg da Weg da Brock Bis dran Au Lass mich in Ruhe Das ist ein verpacktes Insekt gerade gewesen Wir gehen hier entlang Hi Lalalala Ach Müssen wir da durch Na gut Das mit den Schätzen mache ich dann glaube ich echt offscreen Weil das suche ich manchmal echt zu lange Das wird uninteressant für euch Äh Endlich Durchgebrochen Und gehe ich aber da oben entlang Da entlang und hier irgendwo dann Schüpp So Äh Hier nerven zängen schon wieder Hi Und ciao Keine Lust auf euch So Weg Ihr verwandelt euch nicht Ja Sehr schön Ja Wir sind wieder zurück auf dem Heimweg Bam 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 Sehr schön Ha Brock kann halt ne ordentliche Distanz hier Rennen Ist immer schön Sind hier nochmal Pilze Ich glaub nicht Nö Nein Okay Badam bam So Und da raus Wir haben von allem genug für Jahre an Zockerzeit Also Nektar und so brauchen wir garantiert nie mehr wahrscheinlich Keine Ahnung Vielleicht brauchen wir es nochmal Aber ich glaub ja nicht Zurück aufs Schiff Wir haben jetzt alles glaube ich Hoffentlich Ja Juhu Jetzt hab ich Hunger Mit heißen Steinen gekochter Eintopf Rezept das sich hervorragend für draußen eignet Hm Ähm Wir geben's Moment Wert am wenigsten 132 132 198 hoch 185 Sanji Bekommst Okay Alles ganz schön zum Farmen Können wir gleich nochmal drei Stück fangen Und nochmal machen Das können wir auch nochmal herstellen Sehr schön Diesmal gehen wir jetzt Zorro Einfach Bauchgefühl Und ja Ich würde sagen Das war's dann für diese Episode Nächste Episode Weiß nicht Ob ich mir dann noch schnell drei Tempest Mäuse fange Und dann zum nächsten Endgegner gehe Ja Ich glaub das mach ich Däm Da 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 Falls euch die Episode gefallen hat Liken Falls sie euch sehr gefallen hat Abonnieren Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß in meinen anderen Let's Race. Ciao, Leute!